Herzlich Willkommen zum Sweetspot Training Podcast. Heute geht es um eine Zuhörerzuschrift. Es geht um den Wunsch, die Kurzdistanz ein bisschen genauer zu beleuchten. Wir machen das, wir haben einen Vergleich zu inzwischen Kurz- und Langdistanz und haben noch einiges anderes vor. Seid gespannt! Herzlich Willkommen zu Hause. Wir haben vor einigen Wochen die Frage bekommen, weil wir ja doch in dem Podcast sehr oft auf die Langdistanz Bezug nehmen. Man muss auch fairerweise sagen, von uns die meisten Athleten sind auf der Halb- und Langdistanz daheim, deswegen ist es halt immer naheliegend. Und vieles dessen, was wir besprechen, schließt ja quasi die anderen Distanz nicht aus. Aber trotzdem ist die Frage gekommen, ob wir uns mal näher der Kurzdistanz und dem Age-Group-Bereich widmen können. Und wir haben uns das zu Herzen genommen und haben uns gedacht, das ist mit einer Folge nicht abzuhandeln. Wir machen ein vierteiliges Special aus dem Ganzen. Und wir starten heute mit einer ersten Folge, wo wir einfach einmal grundsätzlich auf die Unterschiede zwischen Kurzdistanz und Langdistanz eingehen. Oder besser gesagt einfach generell spezifisch auf die Kurzdistanz. Wir haben dann nächste Woche im Podcast einen ganz interessanten Gast bzw. eine Gästin. Und wir werden dann in der Woche darauf uns überlegen, wie man quasi das Interview auf den Age-Group-Bereich umlegen kann. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit für euch, dass ihr Fragen stellt, was euch wirklich interessiert von Profiathletinnen und Profiathleten. Die werden wir weiterleiten und werden uns dann in einer vierten Folge noch näher besprechen. Alles weitere dazu jetzt im Laufe der ersten Folge. Ja, vielleicht starten wir mal irgendwie so generell, ganz allgemein so Kurzdistanz. Sause. Du als Historiker erklär uns den Ursprung der Kurzdistanz in unter drei Stunden. Er hat extra Dias vorbereitet. Daher kann es nachher in der Instagram-Story nachlesen. Zuerst einmal muss ich Zensuren verteilen. Gary, löblich, dass du genderst. Ich würde heute dafür gelobt, dass wir eigentlich mal recht brav gendern. Mario, bitte immer gendern. Wir haben auch Zuhörerinnen. Aber jetzt nochmal zu einer Zeit, wo noch nicht gegendert wurde und mitunter vielleicht auch Arbeitskolleginnen in den Po gekniffen. In den 70er Jahren hat es ja die ersten Triathlons gegeben. Es ist ja auch strittig, wo es die ersten Triathlons in der Form gegeben hat. War das San Diego, war das Deutschland? Vollkommen egal. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt, als die Kurzdistanz sich tatsächlich verändert hat zu dem Sport, wo sie heute ist, war in den 90er Jahren, Mario, wo das Windschattenbahn dann tatsächlich erlaubt worden ist, weil es gar nicht mehr anders möglich war, weil einfach auf einmal alle gleich gut und gut geschwommen sind. Das war ja früher ganz anders. Soweit ich weiß, ist der Ursprung von Triathlon noch ganz viel früher. Also es gibt schon Aufzeichnungen aus der Steinzeit. Nein, aber wirklich noch viel, viel früher als 70er Jahre. Und war halt noch nicht unter Triathlon bekannt, aber der tatsächliche Begriff Triathlon ist dann... Ausdauerdreikampf, in der DDR hat es das auch schon gegeben. Ja, also die verschiedenste Aneinanderreihung von Sportarten. Schwimmen war oft dabei. Ja, 90er Jahre, Windschatten fahren, erstes Mal Richtung Olympia und ich glaube, das war dann schon so der tatsächliche Punkt, das erste Mal die olympische Distanz, Kulzdistanz Triathlon, bei den olympischen Spielen eben ins Programm aufgenommen wurde. Also ich würde das Datum fast da festlegen, das war die Geburtsstunde von der olympischen Distanz, vom Kulzdistanz Triathlon. Wie wir es heute kennen. Wie wir es heute kennen, ja. Ich muss ja festhalten, dass es ja vorher so gewesen ist, dass die Sportler auch... Der Triathlon hat sich ja gesucht oder das Training zum Triathlonsport hat sich ja gesucht. Es hat viele Experimente gegeben, bis sich tatsächlich so eine Art Trainingslehre mit echten Erfahrungswerten gebildet hat und ja auch die Athleten total heterogen in ihren Fähigkeiten gewesen sind. Es hat Quereinsteiger aus allen Richtungen gegeben. Meistens waren die aus dem Schwimmen im Vorteil, aber das würde man heutzutage auch anders sehen. Es gibt ja den Quereinstieg, das haben wir in einer anderen Folge schon besprochen, gibt es ja nicht mehr. Vor allem auf der speziellen Distanz nicht, auf den längeren Distanzen nur eher. Auf der ganz kurzen Distanz, auf Sprint- und olympischer Distanz. Vielleicht muss man da auch dazu sagen, die Sprint-Distanz rückt auch in den Weltcup-Serien, Europacup-Serien immer mehr in den Vordergrund. Vor allem auch im Teambewerb. Und in den Teambewerben. Also die Distanzen wären eher kürzer als länger. Liegt sicher auch viel da an der Vermarktung. Na klar. Also man muss ja einfach auch mal sagen, kein geistig normaler Mensch schaut sich einen Ironman live im Fernsehen an. Es wird schon ziemlich zartbar, eine Stunde Radfahren zuschauen im Pulk, im Triathlon, das kann schon seine Längen haben. Und da muss man schon wirklich voll in der Materie sein, dass das Spaß macht. Da kommt ja eigentlich das Paradoxon schon raus, weil das heißt ja immer Kurzdistanz. So kurz ist das ja auch nicht. Ich glaube, das liegt auch irgendwo, oder da ist insofern auch irgendwo der Grund, wo man das gegen die Langdistanz immer als vermeintlich leichter aufwiegt. Das sind aber im Prinzip, finde ich, schon fast zwei verschiedene Sportarten. Ich würde auch von einer Auseinanderentwicklung sprechen, von dem Zeitpunkt, als entschieden worden ist. Und das war eben Ende der 90er Jahre. Es gibt jetzt Windschattenfahren. Das hat den Sport mal definitiv verändert. Ja, ja, klar. Ja, massiv. Es ist wesentlich taktischer geworden. Das Radfahren ist wesentlich näher am Radsport dran jetzt. Man merkt ja da auch, mitunter das Teamgefüge, obwohl es ein Einzelsport ist. Ja, es hat ja zum Klischee geführt, dass Kurzdistanzler nicht Radl fahren können. Das würde man heutzutage, würde man zu Recht dafür gesteinigt werden. Aber es war eine Entwicklung. Also es hat sicher Zeiten gegeben, wo das Radfahren entschärfter war. Da waren die Kurse auch noch anders. Da war eben die Gruppendynamik eine ganz andere, wo man beim Schwimmen dabei sein musste, um dann in der Gruppe mitzurollen. Würde ich vielleicht nicht sagen, das ist untertrieben. Aber um dann relativ unbeschadet zum Laufen zu kommen. Das ist jetzt in der weiteren Entwicklung, zum jetzigen Zeitpunkt, in keinster Weise mehr so. Ja, wobei, da würde ich insofern vielleicht teilweise widersprechen, dass ich sage, ich glaube, man muss da schon deutlich unterscheiden zwischen den Kurzdistanzen, wie wir sie als Agegrouper kennen und den Kurzdistanzen, wie man sie im Profizirkus hat. Also jetzt in der World Series zum Beispiel sind ja die Radkurse mittlerweile wirklich hochtechnisch. Die haben immer irgendeinen massiven Stich drinnen oder so. Also es wird wirklich radfahrtechnisch anspruchsvoll. Während wir ja im Altersklassenbereich auf der Kurzdistanz in Wahrheit den klassischen Triathlon haben mit Einzelzeitfahren und ohne Windschatten-Thema. Und meistens dadurch auch die Kurse doch noch eher ins Flache gehen. Sonst würde es auch Tote geben. Genau. Aber auf das will ich hinaus. Also das hat sich einfach in diesem Hochleistungsbereich, weil es halt eben olympisch war, dann halt dahin entwickelt, dass man gesagt hat, okay, man selektiert das dann auch über den Kurs deutlich aus. Und das macht es halt auch super spannend oder für uns spannend, wenn einer Fußballer ist und mit Trittler nichts zum Tunnel ist, ist das wahrscheinlich noch immer zart zum Zuschauen. Aber eben für uns zum Zuschauen auf einer Kurzdistanz, wenn die halt jetzt beispielsweise ihre sechs Runden fahren oder noch Ärger im Bereich Super League, wie da die Kurse gebaut sind, Wahnsinn. Also dieses extreme Abbremsen, Haarnadelkurven wieder komplett antreten, extrem steil, oftmals auch im Regen. Und das wirkt sich dann natürlich auch im Training aus. Und da kommen wir sicher später noch dazu. Ich denke auch, dass solche Kriteriumkurse, was es eigentlich sind, also Radkriterien, eben im 8-Group-Bereich absolut nicht möglich wären, weil das technische Equipment nicht dazu passt. Die Zeitfahrmaschinen, die natürlich für viel Geld verkauft werden wollen von der Radindustrie. Da könnte man argumentieren, dass man auch teure Rennräder gern verkaufen wollen würde. Ich glaube nur schon, dass die Optik eines Zeitfahrrats für viele Altersklassenathleten ein Zugpferd ist, den Sport zu machen. Also, so lögst. Ja, ich gehe sowieso davon aus, dass alle ein Rennrad und ein Zeitfahrrad irgendwo im fünfstelligen Bereich besitzen. Also, nein, wir sind uns einig, die Kurse werden jetzt mit einer Zeitfahrmaschine nicht zu bewältigen im Weltcup. Also, wenn Windschattenfreigabe ist oder nicht konkurrenzfähig zu bewältigen, weil einfach die technischen Voraussetzungen oder die technischen Skills nicht ausgeführt werden können. Ich glaube auch, dass das taktische Denken des wirklichen Einzelsportlers im Edge-Group-Bereich einfach gar nicht so ausgebildet ist, wie es das jetzt im Radsport zum Beispiel ist. Oder halt auch im Kurzdistanz-Triathlon-Beispiel jetzt da, dass sich einfach aufgrund der Gegebenheiten, wie sie in der aktuellen Rennsituation sind, ein Kreisel ergibt. Und wo man einfach sagt, okay, wir arbeiten jetzt zusammen, damit wir eine Gruppe abhängen. An sowas denkst du ja logischerweise in unseren Bereichen. Ja, wobei ich glaube, dass nur die absolut besten Nationen diese technischen und diese taktischen Stücker auch spielen. Teilweise auch schon beim Schwimmen, wie man von den Brownlees weiß. Die schenken sich einmal nichts, sage ich mal, sehr vorsichtig. Und ja, also es ist auf jeden Fall strategischer, taktischer geworden, als jetzt eigentlich mal, nehmen wir einen sehr wichtigen Wettkampf in Österreich, Neufeld oder Obergrafendorf, wo es, und das ist überhaupt keine Kritik, das ist einfach was anderes, darum geht es möglichst alleine Vollgas am Rad zu fahren. Und dann natürlich mit Zeitfahrer bling bling. Das macht es zu einer anderen Sportart. Und das, da können wir gleich vielleicht auch schon darauf eingehen, dass es das natürlich dann auch trainingstechnisch verändert. Also im Vergleich jetzt zu einem Profi, der halt eben in der Windschattenfreigabe quasi fährt. Und natürlich auch auf Basis des Streckenprofils. Während es bei uns im Altersklassenbereich jetzt auf der Kurzdistanz um eine hohe durchschnittliche Dauerleistung geht, über 40 Kilometer, geht es bei Profis, wie du es gesagt hast, Mario, Kriterium. Wirklich um hohe Spitzen, um einen Laktatabbau wieder während des Rennens. Also grundsätzlich einfach extrem viele Impulse auf 40 Kilometer und ganz unterschiedliche Reize. Und das ist eigentlich das, was jetzt als Altersklassenathlet, der den Weltwettkampf Obergrafendorf gewinnen will, wahrscheinlich eher nicht am Trainingsplan hat. Genau, und ich glaube, das sollte man unterscheiden oder jetzt nochmal festmachen, worin liegen die Unterschiede vom tatsächlichen Kurz-Sprintdistanz, Olympische Distanz, Triathlon zu dem Langdistanz-Agegroup-Bereich. Weil dazu möchte ich ja sagen, eine olympische Distanz, eine Kurzdistanz mit Zeitverrat, mit Windschattenverbot auf einer flachen Strecke, auf einer angepassten Strecke schnell bewältigen zu können, heißt dann schon auch, dass man die Voraussetzung hat, auf einer langen Distanz schnell sein zu können. Ich wollte gerade sagen. Und das ist aber bei einer Kurzdistanz oder olympischen Distanz jetzt im Weltcup-Bereich nicht unbedingt der Fall. Weil die Skills, die man dafür trainieren muss, ziemlich ähnlich sind. Agegroup, schnelle olympische Distanz, gute Langdistanz. Und dann die Skills mit vielen Spitzen, mit extremen Laufleistungen, mit Schwimmen ganz anders, viel intensiver Schwimmen. Es bleibt einfach ein Einzelzeit-Triathlon, den man quasi im Agegroup-Bereich macht. Und sonst ist es taktisch geprägt mit Leistungsspitzen über die gesamte Distanz. Wobei, wir sollten auch mal die Frage stellen, was die olympische Distanz in der jetzigen Form auch für die Langdistanz und die Halbdistanz geleistet hat. Ich glaube, dass diese Rekordflut der letzten Jahre, ich nehme die 73 WM in Südafrika, ich nehme letzten Endes auch den Langdistanz-Weltrekord vom Poteno. Also, das wäre ja ohne, und Relat früher, 2011 auch schon, das sind ja Zeiten, die, glaube ich, ohne die Kurzdistanz-Karrieren dieser Athleten nicht zustande gekommen wären. Nein, aber dann wurden die Leistungen der Kurzdistanz-Karrieren entwickelt und spezifiziert. Darauf müssen wir eingehen, aber ich glaube doch, dass, wenn ich das alles noch einmal machen könnte, hätte ich mich länger auf der Sprint und auf der olympischen Distanz aufgehalten. Halbes Gegenargument, wo ich nicht unbedingt sagen würde, das liegt hundertprozentig daran, sondern auch einfach generell daran, dass Gerritler eine sehr junge Sportart ist und dass es sich einfach in der Leistungsdichte extrem entwickelt hat in den letzten 10, 20 Jahren. Und wir auch noch immer dabei sind, dass es sich extrem entwickelt und dass es nicht zwangsläufig was damit zu tun hat, dass es jetzt von der Kurzdistanz aus kommt. Weißt du, was ich meine? Es hat sich auf allen Distanzen einfach die Dichte verbessert. Es hat sich, der Trainingsansatz wird immer modern, es wird immer ausgereifter und so. Also das, wo der Radsport schon x Jahre vor uns quasi dran war, da kommen wir jetzt mit dem Triathlon erst hin. Und man darf auch nicht vergessen, Preisgelder, Sponsoringgelder, Fernsehgelder, das ist alles ein Riesentreiber für sportliche Entwicklung, die dahinter steckt. Also umso mehr wissenschaftlicher Ansatz kommt da rein, umso mehr Studien werden da gemacht, umso mehr Materialverschärfungen. Also ein Langdistanzler, der auf die Olympische hinkommt, hat wahrscheinlich weniger Aussichten auf Erfolg als umgekehrt, weil es einfach um das Geschwindigkeitspotenzial geht, dass auf diesen Distanzen einmal… Du meinst die Zubringerleistung. Ja, genau, diese Zubringerleistung wird dort nicht nur wachgerufen, sondern auch auf einem extrem hohen Niveau stabilisiert und dann natürlich auf der langen Distanz erfolgreich auf die Strecke gebracht. Der Weg umgekehrt, dass jemand mit 20 Langdistanzkarriere anfängt und dann mit 30 auf die Idee kommt, dass er Kurzdistanz schnell machen soll, also ich rede jetzt vom Weltniveau, halte ich für eher unwahrscheinlich. Die ist eigentlich fast schon unmöglich. Ich lege mich fest. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Kurzdistanz ja auch erst seit, jetzt im Gesamtkontext gesehen, relativ kurzer Zeit olympisch ist. Das heißt, es entwickelt sich da jetzt erst diese extreme Ausgereiftheit und jetzt, wenn man sich anschaut, was Hawaii vor 20, 30 Jahren war, eine sportliche Utopie in Wahrheit. Und was jetzt einen Stellenwert hat und wo es wirklich um sportliche, nicht nur Extremleistungen, was die Ausdauer angeht, sondern was das Tempo angeht, was Ausgereiftheit, was vom Material, von allem. Ich meine, wir reden davon, dass Einzelsportler jetzt der andauernd im Windkanal ist, sich die Sachen testen. Das wäre unvorstellbar gewesen, rein vom monetären Aspekt her. Also da passiert einfach noch immer sehr viel. Aber unbestritten von der Zubringerleistung als Langdistanzlauf der Kurzdistanz heißt nichts zum Suchen. Es schlägt sich ja auch in den VO2-Max-Werten nieder, die auf der Kurzdistanz definitiv bis zu 10 Milliliter höher sind. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge und zeigt auch, dass der Wert per se jetzt nicht der Garant ist auf längeren Distanzen. Das wird viele unserer Athleten wieder interessieren. Ja, gehen wir auf das Thema ein. Da sind wir eigentlich schon beim Thema Training. Genau, gehen wir mal auf das ein, weil ich glaube, das ist auch das Interessanteste für diejenigen, die uns jetzt zuhören, wo sich das vielleicht einfach auch grundsätzlich vom Training her unterscheidet. Ich habe eingangs gesagt, vieles von dem, was wir jetzt da über die ganzen Podcasts, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 40 oder so, besprochen haben, wenn wir da beispielhaft die Langdistanz erwähnen, ist es nicht grundlegend anders auf der Kurzdistanz. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch dargelegt, dass es einfach immer noch ein Einzelzeit-Triathlon ist, sich lediglich die Distanz und mitunter die Intensität ändert. Aber grundsätzlich, das Gros der Basics bleibt. Es bleibt Schwimmen, Radfahren, Laufen. Es bleibt die Aneinanderreihung dieselbe. Es bleibt eine hohe Dauer-Durchschnittsleistung, die abgefeucht wird quasi. Und das, glaube ich, jetzt, was wirklich der Unterschied ist, ist wirklich, wie schauen konkrete Trainingsinhalte anders aus auf der Kurzdistanz? Und warum schauen die anders aus? Und warum schauen die anders aus? Und warum, ja, genau. Also eine grundlegende Basis brauchen alle. Ja. Von dem gehen wir jetzt einmal aus. In jeder Disziplin, es braucht in jeder Disziplin eine gewisse Belastungsverträglichkeit. Das berühmte Bild der Pyramide gilt für alle Distanzen. Bild auch für einen Profi-Kurzdistanzbereich. Werden wir auch hören, wenn unser, jetzt kann man eigentlich sagen, wer unser Gast ist bei der nächsten Folge, oder? Also wir haben in der nächsten Folge die Julia Hauser bei uns. Österreichische, mehr als erfolgreiche Triathletin. Vizestaatsmeisterin letztes Jahr geworden. Und die liebe Julia trainiert gemeinsam mit so ganz unbekannten Namen wie Gustav Iden oder Christian Blumenfeld. Gemeinsam in dem norwegischen Team. Und das ist ein äußerst interessantes Gespräch gewesen. Wir wollen doch gar nicht jetzt darauf vorgreifen. Aber eins können wir sagen, die Julia hat auch deponiert, wie wichtig diese Basis ist. Also wie wichtig diese Pyramide ist. Und da können wir einfach sagen, das greift über alle Distanzen drüber. Ja. Im Schwimmen vielleicht noch am allerinteressantesten für alle unsere Zuhörer, einmal wirklich langsam zu schwimmen, damit sie einmal eine Basis ausbilden kann. Und dann eben spezifische Intervalle zu setzen. Die spezifischen Intervalle, das haben wir dann auch gesprochen, die unterscheiden sich jetzt nicht so gravierend wie in den anderen Disziplinen. Aber ohne, dass wir da jetzt großartig vorausgreifen wollen, bleiben wir vielleicht mal ganz allgemein beim Training. Das, was sich, glaube ich, wirklich massiv verschiebt, ist die Relevanz des Schwimmparts auf der Kurzdistanz im Vergleich zur Langdistanz. Ja, ist irgendwo auch naheliegend, wenn wir die Langdistanz hernehmen, jetzt bei einer Durchschnittsleistung, und man sagt, eine Stunde schwimmen zu fünfeinhalb Stunden Radfahren, ist einfach was ganz anderes als jetzt auf der Kurzdistanz, wo die eineinhalb Kilometer mit den 40 Kilometern in einem wesentlich engeren Verhältnis sind. Das wird jetzt weniger wahrscheinlich erfahren, wenn man das hört. Ja, in Relation kann man einfach auch weniger verlieren, prozentuell. Ist auch richtig. Und der Wechsel wird wesentlich interessanter und wesentlich wichtiger, auf alle Fälle. Muss wahrscheinlich auch mehr trainiert werden, wird auch mehr trainiert. Das heißt, für Kurzdistanzen, mehrfach-Koppeltrainings und solche Geschichten sind sicher interessant. Am Rad, was ist da der Riesenunterschied von Langdistanz zu Olympischer-Kurzer-Distanz? Die Wettkampfleistungen sind in ganz anderen Bereichen. Genau, ja. Also je besser man es auf einer Langdistanz schafft, wenig Kohlenhydrate zu verbrauchen, bei einer ansprechend hohen Leistung, desto schneller wird man unterwegs sein und unbeschadet zum Laufen kommen, das ist dann auf einer Kurzdistanz bei 40 Kilometern oder 20 Kilometern herzlich wurscht. Ich würde da auch grundsätzlich die Grundlagentrainings generell mitunter, nicht alle, aber auch intensiver gestalten, als es beispielsweise jetzt auf der Langdistanz wäre, weil einfach dieser maximale Fettstoffwechsel, der auf der Langdistanz, wie oft schon erwähnt, einfach der, die Benchmark ist, auf der Kurzdistanz einfach von geringerer Bedeutung ist. Du hast da wieder natürlich nicht, dass die Bereiche nicht trainiert werden. Genau, deswegen habe ich jetzt gerade so lange gebraucht mit der Wortwahl. Der Fokus ist einfach aber anders. Und dass dann eine Einheit, die auf einen maximalen Fettstoffwechsel abzielt, auch stattfindet, ist klar. Heute vielleicht in einem anderen Umfang, um auch diese Skills zu trainieren. Wo muss jetzt die Leistung auf einer Kurzdistanz trainiert werden? Wo muss die abgerufen werden können im Wettkampf? Nein, das ist an der Schwelle und drüber. Und dementsprechend wird dem, den Trainingsmethoden, um das zu trainieren, mehr Wert beigelegt. Genau, und wenn wir da einfach einmal wissen, dass irgendwann das Ausreizen der Schwelle limitiert wird durch die maximale Sauerstoffaufnahme oder halt kurz die V2 Max, dann kommen wir zu dem Thema, was der Sausage eingangs gesagt hat, dass das halt ein wesentlich gravierender Gradmesser ist als mitunter in der Langdistanz, wo es einfach der Gradmesser halt in einem wesentlich niedrigeren Intensitätsbereich ist. Auch da ist es natürlich so, dass die V2 Max immer in irgendeiner Weise ein natürlicher Limiter ist. Ja, und deshalb würde ich es auch eher so definieren, dass der Zeitpunkt, wann man die V2 Max trainiert oder Trainingssets, bei denen die V2 Max getriggert wird oder die Schwelle getriggert wird, einfach ein anderer ist. Bei der Kurzdistanz geht es eher darum, diese Maxima und diesen Fokus in Wettkampfnähe zu haben, um da wirklich super performen zu können. Auf einer Langdistanz trainiert man das auch, aber viel weiter weg. Genau, das wäre so das klassische Wintertraining. Das unspezifische Training ist halt eben auf der Langdistanz das Hochintensive, während das Spezifische dann das lange, extensive Training ist. Und auf der Sprint- oder Olympischen Distanz ist es eben, wie du sagst, genau das Gegenteil. Heißt nicht, dass man dann für eine Kurzdistanz nicht auch im Winter sowas trainieren kann oder soll. Das passiert dann nicht immer nur in einem Block, wo das dann alles passiert und dann ist alles gut, sondern man muss immer wieder Reize setzen und die V2 Max kann man auch nicht jetzt unendlich oder in einem Durchgang bis zu dem individuellen Maximum heben, sondern kann das auch eher nur in Wellen und in Schwimmen machen, weil einfach da die Belastungsverträglichkeit irgendwann einmal nicht mehr mitspielt. Alle schauen ins Haus, Jan. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt haben wir so lange monologisiert. Absolut informiert. Die Frage war ja eigentlich von unserem Zuschauer so quasi, wie würde das Training ausschauen, wenn man wirklich als Age-Grupper die Ambition hat, am Stockerl zu stehen. Oder sei es jetzt am Altersklassenpodium oder sei es sogar auf der Kurzdistanz bei Regionalwettbewerben generell. Wo ist da das Potenzial, wo müsste man da das Gewicht hinlegen, wie würde so ein allgemeines Training grundsätzlich ausschauen? Gehen wir einfach einmal davon aus, wir hätten Zeit ohne Ende, haben wir ja eh alle, also deswegen machen wir es uns einfach. Was wäre das ideale Training für eine Kurzdistanz? Wir haben das selber ja einmal durchgespielt bei der Langdistanz und haben gesagt, was ist mindestens notwendig, um zu finishen. Können wir jetzt natürlich auch auf der Kurzdistanz mal kurz durchgehen, für Hörer von uns, die vielleicht wirklich gerade mit dem Sport einsteigen und sagen, mein größtes Ziel ist einmal eine olympische Distanz zu schaffen. Ich würde aber nachher trotzdem gerne auf das Thema eingehen, was braucht es, um sie zu gewinnen, vielleicht dass wir da wirklich im Altersklassenbereich bleiben. Geht es um die Zahlen, über die Zubringerleistungen. Ich würde es einmal so definieren, um zu finishen, da kann man sich den Podcast auch anhören, den wir vom Langdistanz-Finish gemacht haben. Es zählt Kontinuität, vielleicht auf einer Stufe darunter. Ich würde die Rateeinheiten grundsätzlich verkürzen, da haben wir schon von mehrstündigen Dingen gesprochen, wo man einfach, mehrstündig bleibt es aber nicht in Richtung 4, 5, 6. Genau, es ist einfach in Richtung Umfang ein bisschen downgegradet, aber ansonsten braucht es die Kontinuität und man muss alle Disziplinen trainieren. Um das zu gewinnen, das Ding würde ich danach streben, möglichst ausgeglichene Einzelleistungen zu schaffen. Das heißt, nicht irgendwo eine Schwäche aufreißen, auch keine Stärke ins Übermaß stärken und dadurch eben eine Schwäche noch nicht weiterzuentwickeln, aber auch umgekehrt. Und der Ansatz ist dann sehr individuell. Das heißt, das kommt ja dann ganz stark darauf an, wie derjenige Athlet aufgestellt ist. Das heißt, man da eine Stärken-Schwächen-Analyse macht und schaut, welche Disziplin ist jetzt einmal da nicht so sehr im Fokus, welche muss man jetzt einmal mehr ins Auge fassen. Dann ist das einmal eine erste Idee und der erste Schritt, um zu gewinnen. Und wenn man diese Ausgeglichenheit einmal dann geschafft hat, dann kann man die einzelnen Disziplinen noch weiterentwickeln. Ich würde mal ganz allgemein vielleicht sagen, also so wie ich das trainingstechnisch gestalte, wo ich wirklich sehr viel Wert darauf legen würde, wenn das Ziel heißt, das Saisonhauptziel, starke Kurzdistanz, dass die Trainingsfrequenz sehr hoch ist. Also, dass wirklich die einzelnen Einheiten relativ gering sind vom Umfang mit unter, aber dass richtig oft trainiert wird. Weil ich finde, der motorische Aspekt ist einfach ein ganz anderer auf der Kurzdistanz als auf der Langdistanz. Und da merkt man einfach, dass das eine ganz andere Trainingsqualität hat. Also, wo ich schon sagen würde, ich meine, bei jemandem, der wirklich eine Kurzdistanz gewinnen will, mit zwei Trainingseinheiten pro Tag, auf jeden Fall. Also, wir reden, um das zu spezifizieren, von einer Kurzdistanz im österreichisch-deutschen Hobbyumfeld. Genau. Ja, dann kann ich noch was beisteuern, wie man es nicht machen sollte. Relativ wenig laufen, das war mein Fehler. Und der motorische Aspekt, den du angesprochen hast, ist auch vollkommen richtig. Ich habe die kurzen immer eher mitgenommen. Bei dir war das lange Zeit auch so, du hast dich dann spezialisiert, Mario, ein bisschen auf die kurzen. Aber ich habe immer mit meiner Laufgeschwindigkeit gehadert. Also, das war definitiv ein Fehler. Und wenn ich da etwas anders machen würde, mit dem Aspekt, dass ich auf den kurzen besser sein wollte, als ich es gewesen bin, mehr laufen. Ich bin im Schnitt, glaube ich, in der Woche 30 Kilometer gelaufen, teilweise sogar drunter. Und habe extrem wenig High-Speed-Work gemacht. Wobei das natürlich auch wieder ein heikler Punkt ist, weil da die Verletzungsgefahr auch lauert. Stimmt, aber wenn wir jetzt mal wirklich die Basis legen, ich will am Altersklassen-Podium stehen und im Idealfall sogar gewinnen, das Stichwort Speed-Work trifft es eigentlich eh genau auf den Punkt. Das wäre nämlich aus meiner Warte auch ein Unterschied, der wesentlich, wesentlich öfter im Training drinnen wäre, als jetzt in der klassischen Langdistanz. Also ich rede da auch von Hill-Raps, von teilweise auch Bergabläufen, bei wirklich hoch ausgebildeten Läufern, weil man einfach da noch motorisch versuchen kann, was rauszukitzeln. Das sind aber, jetzt bitte nicht irgendwie frei übernehmen, sondern fragen sich vorher Arzt oder Apotheker, weil das ist schon was, gerade Bergabläufer. Überall wo Geschwindigkeit dabei ist, es ist auch eine Verletzungsgefahr. Also für mich fängt da auch so die Berechtigung erst an, wirklich Sprungserien und solche Geschichten ins Training einzubauen, einfach um diese reaktivkräftige, die reaktivkräftigen Strukturen zu stärken und dadurch auch motorisch besser zu werden, schneller laufen zu können, schneller dann am Rad zu sein. Da gibt es auch einen Transfer, einen Super-Transfer sogar und dann insgesamt die Leistung zu optimieren. Ich würde sagen, das Toolkit ist im Allgemeinen auf der Kurzdistanz wesentlich größer, was du aufmachen kannst, beziehungsweise anders formuliert aufmachen musst, wenn du es wirklich in dem Bereich dich bewegen willst. Also Edge-Grupp, Podium, Sieg, Gesamtseg. Wir reden davon Zeiten. Es ist auf der Langdistanz so, dass der Umfang sehr wichtig ist. Auf der Kurzdistanz muss es wirklich intelligent eingebaute Speed mit intelligent eingebauten Intensitäten sein. Ich kann mich noch erinnern, bei irgendeiner Trainerfortbildung, wo wir gemeinsam waren, da hat mal ein Trainer gesagt, ja, was brauchst du denn auf der Langdistanz trainieren, das ist ja eh nur Umfang. So kann man es sich halt auch sehr einfach machen im Altersklassenbereich, weil wenn man natürlich jetzt das sieht, wie Trainer im Profibereich, ich wurde jetzt der Laura Philipp oder so, was die da alles ausschöpfen, dann ist dort auch das Toolkit extrem groß. Wenn es natürlich jetzt darum geht, eine erste, komplett ambitionslose, unter Anführungszeichen, was die Zeit, die Zielzeit angeht, Langdistanz zu schaffen, dann ist die Toolbox mitunter gar nicht notwendig, dass die groß ist. Aber wenn wir jetzt eben von dem Bereich reden, auf der Kurzdistanz weit vorn zu sein, dann kann man schon ein Film machen. Das ist jetzt genau das, was ich vorher eingangs gemeint habe, um eine schnelle Langdistanz zu schaffen, muss man eine schnelle Kurzdistanz auch schaffen. Das heißt, das ist genau das, was sich da überschneidet. Man muss einfach das Toolkit größer machen. Aber da zitiere ich einen intelligenten Menschen, der auf diesem Tisch sitzt, Ich werde zitieren. Du hast mal eins gesagt, das trifft eigentlich genau auf den Punkt, dass neun von zehn Leuten eigentlich den Ironman als Abenteuer sehen und nicht als Wettkampf, was die Zeit angeht. Und da sind wir genau bei dem, was du jetzt gesagt hast. Es ist dann nicht notwendig, weil wir noch gar nicht in der Sphäre sind, dass diese Toolbox überhaupt aufgemacht werden muss. Während das natürlich jetzt da in dem Bereich, noch einmal Sieg, Altersklasse, Sieg, Gesamt etc., einfach eine ganz andere Sphäre ist, in der man jetzt trainiert. Und würde man in derselben Sphäre auf der Langdistanz trainieren, ein Satz noch, also Hawaii-Quali, 73 WM-Quali etc., dann müsste man auch in diese Toolbox greifen. Ja, und das ist die seltene Fall. Das heißt, es kann auch als Vorbereitungswettkampf ein gutes Ziel sein, da im Age-Group-Protest zu stehen oder irgendwo weit vorne zu landen, um einfach dann die Skills zur Verfügung zu haben, eine Langdistanz so zu schaffen, eine Mitteldistanz so zu schaffen, dass man sich qualifizieren kann. Das ist notwendig dafür und ich bin ganz fest der Meinung, dass man ein Altersklassenpodium schaffen können muss, um sie für Hawaii zu qualifizieren oder für eine WM, für 73 WM zu qualifizieren. Außer die Plätze wären so weit. Ja, außer man macht einen Hawaii-Quali-Tourismus. Die Kunst wäre es, ist es auf den längeren Distanzen, diese Toolbox dann A, nicht zu vernachlässigen und B, sie einzusetzen und sich bei dem schieren Umfangmaß nicht zu verletzen. Weil die chronische Ermüdung, und das ist extrem verlockend, ich weiß es von mir selber, ist ja saugeil, Mario, oder? Man würde ja auch süchtig auf den Umfang und auf die Killer-Einheiten und man vernachlässigt, also bei mir war es so, definitiv, dann auch ein bisschen den Speed und auf der Olympischen darfst du den Fehler eigentlich gar nicht erlauben. Und da ist alles wirklich normal, wenn es darum geht, wirklich Leistungen zu bringen und nicht nur zu finishen. Es wird das Ganze nicht schmälern, aber es ist einfach ein anderer Ansatz, ein anderes Ziel. Dann sollte der Plan schon sehr smart und auch möglichst smart durchgezogen werden. Das heißt, da gibt es dann keine Möglichkeit mehr, weil es halt gerade so schön ist, noch einmal eine Stunde irgendwo locker dran zu hängen und zu laufen, weil es einfach so schön ist. Oder zwei Stunden länger Radl zu fangen. Genau. Wir sind einfach dumm. Genau. Oder zu sagen, na boah, ja super, heute perfektes Bikewetter, heute haue ich mich noch einmal zwei Stunden aufs Mountainbike, weil es so super ist. Ich glaube, das unterschätzen die Leute. Das ist eben dann eine echte Arbeit auch. Ja, ja. Und das ist etwas, was mir Kolleginnen, wir alle kennen und schätzen, der Marc Czapek auch oft gesagt hat, ich war auch relativ oft schwimmen, aber oft fürs Gefühl und dadurch, dass ich viel allein geschwommen bin, habe ich sicher, und das ist auf der Olympischen, auf dem Niveau, wo wir jetzt gerade reden, du willst deinen regionalen Wettkampf gut beenden, ist wahrscheinlich auch wichtig, dass du dir beim Schwimmen richtig einschenkst. Weil die Startphase auf der Olympischen immer hektisch ist. Auf der Sprint ist es, finde ich, noch einmal um eine Qualität schlimmer, weil da sind auf einmal Leute vorne, von denen ich mir denke, what the fuck, was ist da los? Weil da dreschen auf 700 Meter alle rein, aber zurück zur Olympischen. Diese Startphase wegzuverdauern, kannst du ja auch nur, wenn du es im Training geübt hast und das heißt, richtig hart prügeln. Mit Technik natürlich. Und dann zumindest mit Technik weiter nach dem harten Prügeln. Also was man da jetzt vielleicht einmal so als Zwischenfazit irgendwie mitnehmen kann, ist, wenn jetzt bei uns zwei Athleten in die Trainingsplanung kommen würden und der eine sagt, er will die erste Kurzdistanz machen und der zweite sagt, er will die Kurzdistanz am Altersklassenpodium beenden, dann sind das einfach zwei grundsätzlich verschiedene Trainingspläne vom Ansatz, vom Inhalt, von den verschiedensten Einheiten und wie man das ausreizen kann. Während es bei dem einen, nämlich derjenige, der die erste machen will, einfach trotzdem noch sehr basic betont, nennen wir es einmal so ist, ist es beim anderen hochfrequent, zeitoptimiert, sehr strikt mit vielen Tools und wo man auch dann echt, wie du jetzt gesagt hast, zu Hause auch einfach extrem konsequent sein muss in der Selbstdisziplin. Ist wahrscheinlich auch ähnlich bei einem Langdistanzler, der sowieso schon sehr viel der Trainingsumfang hat, wenn der dann auch noch überall und an den Ruhetagen was drauflegt, dann dort bei dir das ich halt auch selbst. Letzten Endes, je ausgereizter das System ist, desto wesentlicher wird es, dass man dieses Stick to the Plane quasi wirklich einhält. Ich würde jetzt, weil du auf den schnellen Start angesprochen hast, beim Schwimmen, beim Langdistanzler, solche Geschichten auch nicht vernachlässigen, weil eben ganz am Anfang schon gesagt haben, es müssen trotzdem alle Intensitäten trainiert werden, vielleicht nicht in der Häufigkeit und in dem Umfang die Intensität, aber trotzdem auch mit einbauen, also solche Dinge gehören dann trotzdem auch in jedem Trainingsplan, in jeder Disziplin, gar nicht auf Schwimmen unbedingt, nur festgemacht, dass wirklich das komplette Spektrum der Intensität aber abgedeckt wird. Das heißt nie, dass ein Langdistanzler dann nur in seiner spezifischen Intensität trainieren soll, die er dann im Wettkampf abrufen muss und das ist halt eher rob. Und beim Kurzdistanzler heißt es auch nicht, dass der immer nur in der Intensität performen muss, der er dann im Wettkampf braucht, weil das ist dann zu viel des Guten oder geht komplett an der Idee des Trainingsansatzes vorbei. Auf der Langenen ist es ja bei den Profis ja auch so, dass ja mitunter genauso hart angeschwommen wird, um schon die ersten Leute loszuwerden. Ich glaube aber durch einen Rolling Start ist es im Amateurbereich wieder ein bisschen anders. Ja, 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 Trotzdem ändert es nichts dran, dass wenn man das trotzdem trainiert oder wenn man es nicht trainiert, ein wichtiger Trainingsreiz verloren geht. Ja. Auch wenn man dann im Wettkampf nicht braucht. Ja, weil die Varianz halt einfach immer wichtig ist und man dann auch einfach von der Rhythmisierung und von der Effizienz besser ist. Ja, und es ist anwendig gesagt, dass durch den Rolling Start und auch mehr Situationen daherkommen, wo man vielleicht einmal höhere Intensitäten braucht, auch im Wettkampf. Wenn der Scharfe-Eude vorbeischwimmt zum Beispiel. Somit wäre das Gendern wieder dahin, und der Sexismus wäre da. Sehr gut. Ich habe nur Gottes Schöpfung gepriesen. Ja. Ja. In technischer Hinsicht, ich glaube, da kann man auch noch vielleicht ein bisschen ein paar Unterschiede machen ausrüstungstechnisch. Ja. Ja, das Rennrad, wenn Windschatten verboten ist, das ist dann, gibt es ja ein klares Reglement, dass man einfach gar nicht... Da möchte ich noch eins dazu sagen, nämlich, es gibt nämlich immer wieder Leute, die sich dann anmelden für die Staatsmeisterschaft und dann beim Wechselzoneneingang ganz erschüttert stehen, weil das Rad nicht zugelassen ist. Also da gibt es schon sehr genaue Richtlinien, Stichwort Scheibenräder oder hochfelgiges Profil, also hochprofilfelgen, oder ja, Die Aufleger dürfen nicht über die Bremshebeln rausragen. Genau, Bremshebeln rauschen. Und ja, ansonsten darf es einfach nur ein Rennrad geben. Es sind dann doch viele Dinge, die man jetzt dort nicht schnell umbauen kann. Informiert euch davor. Bei einer ganz normalen Kurzdistanz, die jetzt nicht irgendwie mit Windschattenfreigabe ist, ist eh alles. Ist alles klar. Aber wenn wir jetzt schon von der Kurzdistanz im olympischen Recliment reden, dann gibt es da kein Windschattenfahren und dementsprechend auch keine Zeitfahrräder. Beim Schwimmen, was ist da der Unterschied? Die Temperatur, ab wann man ein Neopren anziehen darf, ist geringer? Zwei Grad, glaube ich. Ich habe das nie auswendig gewusst. Ich habe immer gemacht, was die anderen machen. Nein, ist es sogar noch weniger. Also unter 20. Es wird im Weltcup also im Weltcup ja, also bis 20 Grad gibt es da sowieso kein Neopren. drunter dann oder 19 Grad sogar, glaube ich, drunter dann darf man erst oder muss man erst anziehen. Die sind ja richtig dünn, das ist ja grausam. Ja, fürchterlich, ja. Ja, mit Fettisolierung ist da nicht viel. Nein. Dann schwimmen wir und schneller. Ja, gib zu mir Gas. Naja, die Anschwimmgeschwindigkeiten sind da ja meistens deutlich unter eine Minute auf 100 Meter. Das ist dann schon flotter. Wird dann recht schnell warm. A denen, glaube ich schon. Außerdem, glaube ich, ist das selbst auch für diejenigen richtig Stress. Ja, sicher. Also das auf die erste Boja zu und so. Also ich glaube, da ist einfach der Kopf eben etwas anderem beschäftigt als die Umgebungstemperatur. Ja, da greifen wir da nicht vor. Ich glaube, da hat die Uli auch was dazu. Ja, ja. Könnte sein. Stimmt. Und beim Laufen sind da die großen Unterschiede. Sockenanziehung tut sich da keiner mehr. Ja. Das heißt, möglichst schnelle Wechsel. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr irgendwie Dress zu wechseln oder Socken anzuziehen oder zu schnüren. Da sind wirklich nur die Schuhe vielleicht ein Gel und ein Kapperl und das war's. Man muss da überhaupt sagen, wir haben, glaube ich, in dem Langdistanz-Podcast haben wir gesagt, nehmt euch mitunter die Zeit, 30 Sekunden länger in der Wechselzone sind nicht so schlimm wie nachher fünf Stunden am Rauf fahren mitunter irgendwas vermissen oder sonst irgendwas. Da kann man auch an den Radschuhen, das muss dann nicht der schnellste Triathlon-Schuh mit einem Kletter sein, sondern dann darf es auch ein Bohrverschluss sein oder sonst was, was ein bisschen länger dauert. Jetzt letzten Endes sind wir jetzt auf der Kurzdistanz und der Wechsel ist die vierte Disziplin, so wie es auf der Langdistanz die Ernährung ist. Also es verschiebt sich da schon sehr wohl die Gewichtung. Da kann man echt nur sagen, trainiert den Wechsel, übt das oft durch, das muss wirklich blind funktionieren und da gibt es gar kein Nachdenken mehr, sondern das muss eine eingeschworene oder eingefleischte Bewegung oder Ablauf sein. Das fängt bei so Dingen an, dass man sich die Brille nicht gleich beim rausgehen aus dem Wasser in die Hand nimmt und quasi schon mal eine Hand blockiert, sondern dass man es einfach einmal nur raufschiebt und solche Dinge, also das sind einfach Optimierungssachen, wo man da schon vor allem in dem Bereich, wenn wir jetzt sprechen über Gewinnen oder nicht, wo man wirklich was holen kann. Na klar, du kannst es auch schon im Wechsel verlieren. Genau. Beim Schwimmen verlieren, beim Wechseln verlieren, am Rad verlieren, beim Laufen verlieren, also es gibt da überall was zu verlieren und man muss alles optimieren um gewinnen zu können. Da gibt es nicht mehr die Frage, ob die Radschuhe am Rad bleiben oder nicht. Und auch das gehört geübt. Das muss man üben, das Aufspringen, das Absteigen. Wie oft habe ich schon einen Radschuh in der Hand gehabt. Das war, ich glaube, das war ein Neufeld. Sprintdistanz, habe ich die gesamten 20 Kilometer mit offenen Schuhen absolviert, weil ich habe keine Zeit gehabt, um den zuzumachen. Aber da hast du was gespart, weil aufmachen hast du es nicht mehr müssen. Genau, aber es ist halt nur die Frage, ob dann der Tritt auch so effizient war. Ja, am Ende des Tages habe ich glaube ich sogar gewonnen. Also lasst alle eure Schuhe auf. Das sind Dinge, die man üben muss. Muss ich auch gestehen, dass da mit Langdistanz Fokus, habe ich das einmal sträflich vernachlässigt und dann passieren halt solche Dinge, dass man, wie du sagst, einen Schuh in der Hand hat oder eben die Schuhe nicht zumacht und dann nicht so effizient unterwegs ist. Oder so wie es mir auch hin und wieder passiert, diese Verpflegung verliert. Aber wer sich das mal wirklich anschauen will, wenn man hoffentlich irgendwann einmal wieder Weltkämpfe haben und man ist bei einer Springdistanz, bei der Staatsmeisterschaft oder bei der Olympischen ist ja völlig wurscht und wir haben hoffentlich auch dann wieder Massenstart und wenn man mal sieht, wenn so ein ganzes Backel an Leuten vom Radl, weil halt natürlich Windschattenfreigabe ist, runterkommen, wie schnell der Wechsel geht, wie schnell das Absteigen geht. Also das ist wie ein Boxenstopp in der Formel 1 und wenn es dich halt da hinsetzt und anfängst Zocken anzuziehen, dann kannst du gleich sitzen bleiben. Also das ist halt echt, das ist echt beeindruckend, wenn man das sieht, wie optimiert das ist. Ja, noch dazu gibt es da wirklich auch ganz klare Regeln, wo das Klumpet hin muss. Mit Zeitstrafen, wenn es nicht tut ist. Mit Zeitstrafen, wenn das nicht in die Box reinfällt und ja, das kann, das entscheidet über einen Haufen Platzierungen. Also zusammenfassend, würde ich sagen, grundsätzlich unterscheidet sich das Training nicht gravierend. Es kommen alle Intensitäten vor, sowohl auf der Langdistanz als auch auf der Super-Sprint-Distanz. Die Spezifik verschiebt sich natürlich. Die Spezifik, der Zeitpunkt, wann was trainiert wird, wird unterschiedlich und wenn man auf Sieg spielen möchte, dann geht es insgesamt, egal ob auf Kurz- oder Langdistanz, darum, einfach mehr Tools zu nützen. Vielleicht noch feiner ins Detail, wenn man auf der Kurzdistanz unterwegs ist, weil einfach auf einer kurzen Distanz eine Kleinigkeiten in Relation einen größeren Impact haben. Und ja. Genau. Das wäre im Prinzip einmal so unsere Kurzanalyse, was der Unterschied zwischen Kurz- und Langdistanz ist vom Training her, ganz allgemein angesprochen. Wenn es euch interessiert, wie eine österreichische Profi-Athletin gemeinsam mit den norwegischen Profis auf genau der Distanz auf absolutem Weltniveau trainiert, dann freuen wir uns, wenn es uns auch nächste Woche in unserem Interview mit der Julia Hauser zuhört. Und wir werden das dann auch in der Folgewoche wie angesprochen, analysieren, was von dem Profi-Training quasi wirklich im Age-Group-Bereich umsetzbar ist und wo vielleicht auch die Unterschiede sind, die halt nicht machbar sind. Alles in allem, wir werden da auch noch vieles auf Instagram ankündigen, in dem Fall folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook und stellt uns Fragen, stellt uns Fragen, wenn ihr euch zu dem Thema habt, zu anderen Themen habt. Genau, und sonst schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es wie immer den Podcast auch als Audio-File hochgeladen und auch da kommt noch ein bisschen was. Und in dem Sinne danke euch fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Grüß euch. Ciao. Baba.